hallo zu diesem neuen video auf diesem kanal ich bin sie so und wer bin ich auch sonst und wo sind wir hier auch sonst außer als super genau bestes deutsch ich würde heute aber tatsächlich auch mal wieder gerne mit dem guten guten larry ein bisschen hochkuschen und so vielleicht habt ihr mitbekommen ich habe ja tatsächlich ein ding gemacht gewinnspiel letzte ding und es läuft natürlich noch weil es läuft jetzt tatsächlich bis 5 januar und deswegen wollte ich noch mal daran erinnern ja dieses herzen ist okay ich sag's wie es ist ich glaube ich habe das ding ja doch habe ich doch habe ich ja also schaut gerne mal vorbei und oder ist es dieses andere bitte auch her kacke ich habe keinen schuss getroffen ich bin so fucking lost fucking lostiger hä ich sterbe gleich nein hätte ich jetzt noch ding schrottländer ausgepackt hätte ich sogar noch bekommen wir haben es schon mal auf jeden Fall mit Junge wir haben verdammt viele larrys in der lobby merke ich gerade bin ich gerade Larry und dann sind auch die larrys hier drin bei der gelegenheit können wir uns schon mal kurz hochfressen ich habe ihn oh mein gott ich habe ihn einfach hätte ich jetzt nicht ich dachte nicht das ist ja gar gar nicht ich dachte er hätte noch eine Mietkette aber ja gut ja stimmt das hat er schon beim Atronaschup genutzt ich dachte er hätte es noch nur eins ja gut dann eben nicht vor allem weil der Henry auch sicher wenn er nicht gerade schon gestorben ist kacke ich sterbe der sieht uns ja trotzdem die Falle ist nicht ausgelöst richtig hier sind wir wirklich nein ist er knapp ist er echt knapp okay der hätte noch Mietkette dabei gehabt ne ich hätte ihn trotzdem bekommen weil der hätte jetzt nicht eingelöst das Mietkette ich hätte keinen Atronaschup ich wahrscheinlich hätte das nicht machen können komm der gehört mir jetzt ach ist das verbuggt kacke komm keiner darf die Mietkette dann ziehe den schnell killen nice jetzt sieht er bloß her wenn man in die Richtung guckt habe ich gerade gemerkt gut sie wissen auch da liegt die goldene Bogen drin das ist sie oh ne oh ne chill chillt er einfach und wartet bis ich komme ich warte bis er kommt der will 3 ja nix Junge den muss ich aber bekommen also erstmal ganz ehrlich Level 3 ja und der heißt natürlich Yoga-Dor jeder heißt Yoga-Dor in dem Spiel ich raff's nicht kacke der ist genau dann komm komm ja wir haben immer noch zwei Mietkicks Junge es läuft gerade richtig nice es hat so lange nicht mehr geklappt Digga warum hin sind hier so schlecht die Gegner bei weiteren Level 5 und so letztes Mal sie mir Ding gespielt aber nur die Junge Level 15 alles mögliche und hier sind es halt einfach nur so Level 3 und sowas was halt eher meine Digga ist weil mein Niveau ist halt wirklich Level 1 ich sag's komm bitte hol ihn hol ihn hol ihn hol ihn ach kacke der hat immer den hol ihn nein 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 scheiße ich hab keine Mietkicks mehr oh nein er hat er zieht mich doch dumm der direkt wieder Damage gemacht hat oh ja shit ich treffe natürlich wieder keinen Shot ach kacke hello hey kann's doch nicht machen ich bin so lost er macht er killt mich halt jetzt no joke er killt mich jetzt er killt mich er killt mich er ist mit bisschen Abstand okay na nein hä ich hab zwei Waffen oh es hat null er killt mich mit der Ulti weil ich zu blöd bin um etwas Abstand zu halten und dann einfach die Schüsse zu treffen das ist halt auch das Ding es bringt mir viel oh kacke wenn der Bogen sehr viele Schüsse hat bin ich dann aber kein einziger Connector bringt's dann auch gar nichts also bringt's doch nicht viel ja komm mach kein Stress jetzt auch hier ganz schlau in Basis das war ganz schlau ja weil das kann keiner mitgeklauen ein einziger Schuss oder du bist rein nein der ist direkt Schlag ey ich treff halt einfach nicht mehr lad nach oh nice Digga ich bin zu lost wirklich jetzt aber ich hab drei Kills lol lost und doch nicht lost warte wir können kurz ein bisschen aufhören sehr sehr wichtig an der Stelle wieder und der erste steht direkt vor mir wie schnell sterbe ich denn wir haben jetzt irgendwie Donner Donner gibt's halt wirklich sau wenig war wichtig dass ich den hole nein nein aber es trinkt halt nichts kann ich den Wächter schnappen ja kann ich den Wächter holen eins oh mein Gott ich hab keine Metris glaube ich doch hab ich aber jetzt jetzt hab ich keine mehr mit Kacke ne Metkid oder kehrt ihn einfach nach irgendwas jetzt hab ich keine Metkid mehr das ist so ein lucky game gerade aber ich sterbe vor allem weil es hat nicht mehr so richtig leckt und so kommt der gehört mir also die treffe mich einfach nicht bitte ich möchte mich irgendwo auffallen gehen das ist scheiße das ist noch nix ich denke das war's bis zum nächsten mal naja oder ihr haut noch nicht rein und schaut jetzt noch weiter aber wir haben jetzt einfach alle drei sachen hier geschafft so let's go da ist moin ja moin was ist das das ist auch so lustig dieses hin und her gezogen ich ziehe da ding jeder hat jetzt eins das ist auch du kacke ich gehe weil es wird nichts ist kein bock da drauf ich habe nämlich keine ahnung wer das ist das ist nur so eine überraschung wer jetzt da drin sein könnte wo wurde ich denn jetzt angesnipet das ist auch loll dass deine meinung da oben war ist da muss ich echt denken als drecksack die l die 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 das das Hä? Was macht ihr mit mir? Was ist, was geht bei dem ab? Was hat der denn mit mir gemacht? Junge. Sagen wir es gibt keinen Insel. Und dann kommst du. Ach scheiß, ich hab ja selber keine Teiligen sehen sollen. Ich dachte schon, ich krieg's nicht hin. Du kommst jetzt nicht durch, Alter. Dulli. Ich hau, ich verpisse mich dann erstmal. Bis der kommt, Junge. Der ist so lahm Arschig jetzt. Und da wir ja so gesehen haben, Darius sind jetzt, haben wir auf einmal so schnell geworden. Deswegen, ja. Wir haben auf jeden Fall wieder einen Henringhund, habe ich gerade eben hier links gesehen. Nein, jetzt schon wieder. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob das jetzt der gleiche war. Goldenen Bogen ist auf jeder Fall neu. Und der ist wieder da. Ich bin zu dicht. Ah, er hat mich gar nicht getroffen. Nice. Ja. Nice gemacht auf jeden Fall, würde ich sagen. Wir haben richtig gutes Ziel. Wir haben sogar noch Schild, Junge. Mit der Weste. Gönn ich. Ich sag's, ich gönn. Ich hol den jetzt. Ich sag's, willst du es nicht holen? Nein, ist schon geordnet. Nein, ist schon geordnet. Schieß ihn ab. Bitte. Schieß ihn ab. Bitte. Ja. Kann ich mich bitte irgendwo verstecken? Oder mich hochhalten? Oder mich hochhalten? Oder mich hochhalten? Oder mich hochhalten? Was macht der doch? Das hätte ich nicht gewinnen. Ne, keine Chance. Wenn er grad komplett lost war. In der Stelle, wo wir, glaub ich, ein Trophäe vor dem nächsten Ding sind. Würde ich dann auch das heutige Video beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und rau. 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 Rau.